So, hier sind wir an einer von Odins Badestellen angekommen. Wir schauen mal, ob er reingeht. Geh mal gucken. Ja, los, geh mal gucken. Odin. Oh, und da ist er drin. Wer ist das Bein? So, was passiert, wenn wir den Stein dahinter werfen? Jawohl. Komm her, komm her, los. Wir wollen weiter. Odin, kann? Ja. Ah, so nass. Fein. So, hier sind wir an unserer nächsten Badestelle angekommen. Komm her, Odin. Odin, komm her. Wir machen ihn mal ab, mal sehen, ob er selber reingeht. Und los. Und da ist er drin. Mittenstock. Mittenstock. Und er mag das, wenn man andere Stöcker schmeißt. So, die gehen hier. Oder Steine schmeißen, ist auch lustig. Den hat er sogar gefangen. Sehr verrückt. Das macht unserer Odin am liebsten. Auch bei der Temperatur macht sie nicht aus. Schäferhunde haben ein dickes Unterfell. Die Feuchtigkeit kommt kaum an die Haut. Und außerdem ist er in einer halben Stunde eben wieder trocken. So, einmal noch. Los. Ja, dann kann man ausrutschen. So, mein Güter, komm raus. Kami, Odin. Odin, komm. Und schüttchen.